Ich muss richtig hinterspringen Pablo übernimmt die Führung Ich kenn nur die ungefähre Richtung Bist einfach ein lag, alter Richtig bescheiße Es ist sehr nervig wenn man irgendwie jemanden treffen will Ja Wir laufen alle wie Spastis Ja Sieht so dumm aus Oh ja, das tun wir Augenblick Pablo Okay, weiter Ich musste kurz die Woodbury Cats immer noch machen Äh, sollten wir nicht ein ganz klein wenig mehr in der Linie laufen? Ein ganz klein wenig größeren Abstand Soll ich nicht alle von einer Pumpe getötet werden können Danke Dankeschön Die Zombies, die Zombies Habt ihr mal Silencer? Lauf doch einfach Immer normaler Die machen einen Scheiß Die machen einen Scheiß, lauf weiter Ich schieße ihn, aber warte Hier ist noch ein Schwein Der Wolf ist ein bisschen nerviger Warte bis hinterher, bis wir am Berg sind Ja Ja, boah Junge, man zerfeift das halbe Boah, wie leckt jetzt, alter Könnt ihr eigentlich wie viel das denn, Alter Boah, Junge Boah, alter, leckt jetzt aber Muss dringend mal wieder restartet werden Mhm Aber jetzt noch nicht, ich will die Typen töten, während sie schlafen Alter, ihr wurdet gerade geschossen Ich hab nichts gehört Ja auch nicht Ich hab's aber noch nie mehr einschlagen gehört Ist da schon wieder hochgebaut? Eins, zwei, drei, vier Wo ist... Achso Boah, Wipe? An der selben Stelle Hä? An der selben Stelle Wir waren da aber Wann Achso, okay Oben halb standen aber mehrere Töme Da wo wir hinlaufen ist gemeint Die Base So Hier oben auf dem Berg? Ist das... Oder was meint ihr? Ne, wir folgen einfach Ganz ruhig und folgen Wir sehen das sonst schon, Pablo sagt Bescheid Ja Gucken wir mal Gucken wir mal Ist das auch unser Ziel, oder? Boah, wie schlecht Stimmt sowas, ey Ist noch einer hinter mir Ja 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 Ja, ich bin da, ja Wahrscheinlich Wahrscheinlich endet es damit, dass niemand irgendwen trifft Also mega lag Oder Dass wir alle anfangen zu team... Also dass Jan halt alle teamfills Ja, vor allen Dingen, ne? Ja klar Natürlich, natürlich Natürlich Nee, wir haben ja Yoko-Yoko-Homa oder Yuko-Shima da, ne? Fuko-Shima heißt ja Fuko-Shima? Fuko-Shima, ja Warte mal ganz kurz, Pablo Warte mal ganz kurz Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Was passiert Was passiert Ja? Schrode ist disconnected Jan? Jan? Ich bin da disconnected, ich bin da drunter Rotis disconnected Rotis disconnected Ne, ne, ne Zwei lauf weg Wieso splitten wir? Wieso splitten wir? Ich geh nur auf den Berg Ja, 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 ich musste nur kurz was nachgucken Was denn? Hier hinter dem Feld befindet sich die Base Okay Das große Ding da? Jetzt guckt niemand mehr irgendwas nach Das Ding da? Ja Schlafsäcke legen Wo am besten? Hier Ich hab zwei Schlafsäcke mitgenommen Ja, ich weiß, wo soll ich den ersten hinlegen? Bitte legt mich alle auf Verteilt euch ein bisschen mit den Schlafsäcken Habt schon beide gelegt, ne? Nein, Mann, einer wird drin gelegt Okay, seid ihr bereit? Nein, 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 warte, ich will noch meinen Säbchen Ja, ich bin, ich bin links von euch an der Base Lass uns hier in den Schluck treffen Ne, doch, lass treffen, ist noch zu dunkel Wieso? Ah gut, keine Gamma Korrektur Achso, scheiße, ich muss ja noch, ich muss ja noch, äh Was? Video Warte, ich muss noch Fraps starten, ich starte noch schnell Fraps Wir sterben, ne? Bist du fertig, bist du zu sterben Alter, da... Warte, Fraps startet gerade Drück doch einfach F9 Du musst das Programm jetzt erstarten Alter, das... So, okay, ist da, ist, äh, so, ich bin soweit Und go, warte, 3, 2, 1, Fan Scheiße, ich werde nicht mit aufgenommen Hey, Fred, du hast Go gesagt, ich bin jetzt hier vorne alleine, ich kotze schon Mein Gott Jan, macht... Jan, macht keine Ansagen Pablo, Pablo ist Red Lead Die Sanken sind wahrscheinlich... Jo, ich geh einmal drumherum und guck mir das alles an Hier, place the drumher Das Leben über die auch zu machen Alter, unten liegt da nicht dran Was hat der? Was hat der? Das Leben über die auch zu, ne? Lackig, lackig Warte Ja, mach alles zu Ich krieg hier... Ich krieg hier einen der Ausgänge nicht so, wegen Rampe Sascha, bleib, äh, komm mal mit mir bitte Jan, Jan, du deckst jetzt hier Komm auf, auf, auf Ja, ich guck gerade wegen Hofbrauen, wegen Pillars Ich denke, Alex, da kann man nicht hinsetzen, ich deck hier Aber kann man nicht ne Rampe ersetzen, immer durch ne Foundation? War das nicht so? Äh, ich guck... Kommt mal auf die Rückseite, ich hab das Treppenhaus gefunden Das bringt, wenn wir uns hier reinspringen und in die... Eins, zwei, drei, vier, fünfte Etage Okay, also da rein, oder? Kommen wir da reingesprungen überhaupt? Schräges Ding, ne? Barricade Nice, nicht die Barricade, was ist das denn? Auch was? Barricade, schon rein springen Ja, die machst du nicht so, die machst du quer Das ist so wie ne Brücke, oder? Geht so Ja Ich wollte ein bisschen hoch haben, wenn wir reinkommen Kommst du auch andersrum rein? Können auch Large Strike Walls davor tun, ne? Punkt nicht, hau die Barricade ein, Pablo Die kommt nicht, hast du noch nicht getestet? Ich bin grad da mit Zivil drangegangen Du, ich kann's nicht mit dich legen Leute, weniger Text, weniger Text Ja Ja, Pablo schlagt die scheiß Barricade ein Die läuft da drin, oder? Ich hab nichts zum Schlagen Äh, ich glaub das läuft da drin Ich hab auch nichts zum Schlagen Ja, deck mich, ich fahr gar nicht Step drinnen, Step drinnen Guck die Fenster im Bereich nur, er schlicht, der Rest guckt durch die Fenster Ich darf die Tür, die... Vorsicht, da oben ist noch ne Metalltür Ich darf die Tür, die noch nicht zu ist, ne? Wer hat kein C4 dabei? Alex, Special Surcer Ähm, bleib mal ein bisschen zusammen, weil ein Part der Gruppe Wohin? Äh, zu, hier, rechts runter, 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 rechts runter So, Alex, du guckst da oben auf die Metalltür Und auf das Fenster rechts daneben Ich place ne Barricade Ich place ne Barricade Ich place ne Netbin Ich... Ich... So, ich place ne neue Sitz nicht nur rum, Richtung Küste sind letztes Mal welche gespawnt und haben von da gesnipet Alex Ich schaute aufs Fenster und auf die Tür hier So, ich hab sie bereit Wie viel geht, ab jetzt live Gucken Okay, okay Okay Wir sind zu hoch rechts Oh, nice Ach, nice Haben wir Doorways? Vorsicht, wer hier runterfällt, äh, müssen wir unten raus sprengen krängen ja ok bist du runtergefallen? ne 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 ich bin außen runtergefallen der Jump auf die Treppe muss sitzen ich hör Steps das war ich glaube ich ich bin auf die Treppe ne ich hör Steps draußen ich bin einmal um dich herum gerät gelaufen drin ist aber auch Steps also pass auf einer eins gegen bisschen oh shit ich bin im Treppenhaus es wäre schön wenn noch einer kommen würde von euch ich komme ich freue mich Pablo auch wie geht die mit C4 oder's? die mit C4 sollten ins Haus rein ja ja wir sind drin ich hab auch C4 ja ich bin aber nicht im Haus drin durch das Gitter hier oder's? dann holen wir das gleich ne nicht durch das Gitter kann jemand Holztreppen machen der draußen campt äh ich hab Treppen dabei hier sind Schlafsäcke und Töcke ich hab die Kisten gefunden die sind hier oben so wenn es die richtigen sind einer ist drin wir gehen hier durch ich bleib unten im Treppenhaus damit wir den Rückweg feststellen bekommen Türen öffnen sich Tür wird aufgemacht ich geh rein und 3-2 jetzt steck nach unten unten ist clear oben ist Feuer da ist Feuer da sind die Kisten da ist ein Gegner da ist ein Gegner ich mach die Tür auf bereit? ja noch einer hoch noch einer hoch Sascha kommt hoch oder irgendjemand nein 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 das passt so das passt so irgendwo gehen Türen auf er läuft hier draußen rum ich bin eben kurz gelaufen aber jetzt nicht mehr aber da gehen Türen auf hab ihn Chaka Chaka irgendwas hieß da zu viel Steps hinter uns das sind Steps Pablo du beweg dich bitte nicht wenns geht Tür und aufpassen ich pasche hier bei der einen Tür auf links von dir rechts von dir jetzt haben die das Ding komisch gebaut hast du die Öfen gecheckt? ja blut grad nicht ich dürfte ich zwei einer deckt die ungedeckte also die Tür mit der Lampe hier sind noch Kisten auf damit ja aufpassen wo war grad Flashlight Licht im Haus die sind über uns die sind über uns die kommen runter die kommen näher aufpassen gut rechts von dir aufpassen ich mach links hinter dem Baum ah fuck it mach eins Gogo hier ist offen bei mir offen ich hab einen erwischt nein ich hab einen erwischt bleib zurück bleib zurück komm ein Stück hoch raus nicht noch nicht ist wieder reingerannt ich bin jetzt oben im Treppenhaus jo das bin ich ok mein Schlafsack ist da kann da einer von unten kommen ja ich hab den erwischt Treppe hier ist offen ich hab einen erwischt das der hat noch Farmerkuppier an ich loot den schnell alter ich hab acht ja 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 noch mal ein Teil wo bist du denn da? achso schloss ich hab geschossen ja und wir müssen uns auch ein bisschen aufpassen dass die nicht von hinten kommen ne? STILLE ich hab hier für mich schon zwei Quals danke haben wir die Waffenkiste? ja eine Waffenkiste haben wir auf jeden Fall Metal Frequence mach dich voll die kommen pass auf ich lade bei ein erwischt ich nehme ich nehme erstmal bloß die M4s mit fuck ich bin eingeschlossen bei dir ist einer im Raum ja ja sicher ist runtergelaufen nackt hat sich versteckt äh ist bei dir irgendwas drin im Raum? Bonsai? bei mir nein ich bin hier in einem der Seiten Treppenhäuser ich geh das einmal grad ganz runter um zu gucken oh 1 C4 hab ich gefunden ich glaube einer kommt zu mir dann mach mir mal die Wand auf hier äh Alex kannst du ein bisschen nach links führen? da wo wir reingegangen sind damit da keiner zubaut hat einer von euch ne Lampe an? hat einer von euch ne Lampe an? hat einer von euch ne Lampe an? ja hab ich grad angemacht Vorsicht da war er hat der Punkt er hat sich bewaffnet der nackte in Treppenhaus kann auch von sein das heißt los ich hab einen non-scop ich hab einen non-scop